Ich habe noch was mitgebracht, nämlich erzähle ich ein Knüpfchen an meinem letzten Talk ein bisschen was über GitLab CI, was ich beim letzten Mal absichtlich weggelassen habe. Und bevor ich loslege, muss ich sagen, diesmal habe ich den Talk immer noch mit Markdown gemacht, aber mit Pandoc. Und es ist genauso cool wie vorher, nur dass ich jetzt Reveal.js benutzen kann. Also es ist eine Verbesserung. Genau, dieses schicke Bildchen hier habe ich gestohlen von unserer Marketingseite, so wie beim letzten Mal. Und ich möchte wirklich nur über CI reden. Das ist so ein bisschen das Linke. Das heißt, vielleicht erzähle ich irgendwann nochmal über das Rechte, das CD, was wo irgendwelche Fallschirme runterfallen und so. Ach so, für die, die beim letzten Talk nicht dabei waren oder sich gehört haben und so weiter, ich bin Winnie und arbeite bei GitLab. Deswegen erzähle ich was über GitLab. Und unabhängig davon, dass ich dort arbeite, finde ich GitLab auch ziemlich cool. Deswegen erzähle ich was über GitLab. Und deswegen arbeite ich da auch. Und deswegen arbeite ich da auch. Das ist eigentlich irgendwie alles miteinander zusammen. Was ist CI? Ein Intercity rückwärts, darüber rede ich nicht. Manchmal auch Corporate Identity, darüber rede ich nicht. Ich rede über Continuous Integration. Und wie sieht das aus, so ungefähr? Also alle arbeiten irgendwo ein bisschen was dran. Und eigentlich, wenn man am Ende das alles doch irgendwie geregelt abläuft und danach vielleicht sogar noch funktioniert. So wie dieses Gift. Deswegen finde ich es besonders passend für CI. Aber eigentlich auch für Softwareentwicklung im Allgemeinen und so viele andere Dinge. Ich habe schon, glaube ich, mehrere Tage verwendet und noch nicht alles entdeckt. Also ich, zum Beispiel ist mir gerade diese, also erst gestern beim Vortrag machen, ist mir die Schere unten links aufgefallen. Und das, also hier ist so eine Schere, wo der die falschen Beine wieder abschneidet. Und die richtigen Beine ploppen. Also hier ploppt der Kopf auf die richtigen Beine wieder drauf. Und dass der hier immer noch einer ist, der die Knochen aufisst, damit der Teller wieder leer ist, damit er Neues drauf fallen kann. Das ist mir bis gestern auch noch nicht aufgefallen. Also ich glaube, man, also naja, egal. Was macht CI? Zum Beispiel, wenn man Software entwickelt, führt das automatisierte Tests aus, sobald jemand Änderungen hochlädt. Das macht Statisch-Code-Analyse. Also zum Beispiel guckt es nach potenziellen Bugs, wenn man Variablen gleichbelangt hat. Manchmal kann es sogar Sicherheitslücken finden, wenn man irgendwelche SQL-Injections vergessen hat. Oder Lizenzprobleme, wenn man zum Beispiel, wie wir, eine Community-Edition baut. Und auch zu sehen, der irgendwelchen proprietären Krams reingeschmissen hat, dann modzt das CI. Oder Kurzteilprüfen. Zum Beispiel, wenn irgendwer trotzdem darauf besteht, dann geschweiften Klammern in die nächste Zeile zu packen. Obwohl alle sich darauf geeinigt haben, sie in die gleichen Zeile zu haben. Das kann alles CI machen. Und wie geht das? In GitLab gibt es so eine Konfigurationsdatei. Es ist eine YAML-Datei. Da schreibt man rein, was man dann gerne so hätte. Üblicherweise gibt es eine von diesen YAML-Dateien pro Projekt. Prinzipiell ist es aber möglich, in jedem Branch eine andere zu haben. Oder, wenn man sogar so will, in jedem Commit eine andere zu haben. Hat man natürlich, wenn man die Konfigurierung mal ändert, dass man plötzlich eine andere in einem anderen Commit hat. Führt gelegentlich zu Verwirrungen, weil man dann ja irgendwie ein anderes CI ausführt auf einem anderen Branch und man sich wundert, warum zum Beispiel der Quotes der nicht gecheckt wurde. Oder sowas. Und wie sieht so eine YAML aus? Im einfachsten Fall so. Also, mein Job ist ein Job, den ich auf dem Server ausführen möchte. Script ist das Skript, was ich auf dem Server ausführen möchte. Und Echo nichts tun ist halt nichts tun. Und danach sieht das in der UI so aus. Ich habe einen meinen Job und der ist sehr erfolgreich durchgelaufen und liegt in einer Teststage. Im Log von dem Job sieht es dann so aus. Also, wir laden hier auf einem GitLab-Runner, der unabhängig von der GitLab-Software selbst läuft, laden wir ein Docker-Image runter. Das ist hier so. Dann initialisieren wir das Git-Repo, fetchen das Repo. Dann würden wir auch noch Submodules auschecken. Das passiert jetzt hier nicht, weil wir keine Submodules haben. Und dann machen wir ein Echo. Und das ist so wahrscheinlich so ziemlich das teuerste Echo, was man machen kann. Weil halt extrem viel CPU da verbraten wird. Einfach nur mal Echo zu machen. Aber es war erfolgreich. Wenn man jetzt mehrere Dinge hat, als nur einen Job, kann man die natürlich auch parallel machen. Also zum Beispiel mein Job und dein Job können parallel laufen. Das ist eine bürgerliche Kategorie. Bürgerliche Kategorie. Genau. Das heißt, dann habe ich halt zwei Jobs, die beide in der Teststage laufen. Es gibt auch ein eingebautes Feature für parallele Jobs. Das nennt sich halt Parallel. Und danach habe ich eine Zahl. Das ist zum Beispiel gedacht für Dinge wie bei uns, wenn man sehr unglaublich viele Tests geschrieben hat und der Meinung ist, dass man die nicht alle nacheinander ausführen möchte, sondern vielleicht in kleinere Blöcke aufteilen möchte, dann macht dieses halt n Anzahl von Jobs und danach bekommt man so zwei Variablen. Nämlich einmal, wie viele Jobs ist es und wie viele Jobs gibt es insgesamt. Und das kann man dann in den Skripten benutzen, um Dinge irgendwie gruppieren, in Gruppen aufzuteilen. Genau. Sieht dann halt so aus. Also dein Job ist jetzt plötzlich fünfmal so viel geworden. Dann, wie geht Unparallelität? Also wenn ich das nicht gleichzeitig ausführen möchte, sondern nacheinander, mache ich das über Stages. Das heißt, ich kann zu einem Job eine Stage zuweisen, in der er läuft. Hier in diesem Fall die Teststage läuft in meinen Job und dein Job läuft in der Deploy Stage. Und das heißt, die Teststage wird erst abgearbeitet, alle Jobs, die da drin sind. Danach wird die Deploy Stage gestartet und das da. Das heißt, grundsätzlich wird keiner von diesen Jobs hier gestartet, bevor nicht alles hier grün ist. Es gibt Ausnahmen und einen Bug, aber davon erzähle ich nichts. Dann, wie geht Unparallelität, wenn ich Teststage, hier habe ich ja jetzt Test und Deploy benutzt, vielleicht sind das blöde Namen und ich möchte etwas viel Sprechendes haben, zum Beispiel zuerst und zu zweit. Dann definiere ich hier oben meine eigenen Stages und dann kann ich die Stages auch benutzen. Geht genauso. Danach steht dann halt natürlich hier dann statt Test und Deploy steht dann zuerst und zu zweit. Habe ich jetzt keine Screenshep von gemacht. Dann, wie entstehen eigentlich neue Pipelines? Die werden nicht durch den Storch gebracht. Jeder Git-Push erzeugt eine neue Pipeline grundsätzlich. Das heißt, sobald ich eine neue Änderung mache, entweder über die UI oder lokal und dann hochpuche, dann wird automatisch eine neue Pipeline erzeugt. Alle Jobs, die ich definiert habe, werden ausgeführt. Ich kann auch die Pipelines manuell starten. Das ist ein Ding, den klicke ich aber jetzt nicht. Also ich kann eine UI halt sagen, ich möchte eine neue Pipeline machen und kann dir auch noch so ein paar Parameter mitgeben. Ich kann auch die API benutzen dafür. Und es gibt so crownartige Pipeline-Schedules, die kann ich, ich glaube, sogar über die UI und die API definieren. Das heißt, ich kann sagen, jeden Mittwochabend um 18 Uhr würde ich gerne mein Kurzzeit checken oder irgendwie sowas in der Art halt. Und dann habe ich halt meine Konfiguration für STI in meinem Repo liegen und die Pipeline-Schedule macht einfach eine Pipeline genauso, als hätte ich es gerade gepusht. Ich kann in Pipelines auch rumtrödeln. Das heißt, ich kann hier an Job sagen, er soll nicht sofort starten, wenn die Stage dran ist, sondern er soll eigentlich 30 Minuten später erst starten. Das kann zum Beispiel interessant sein, wenn ich in meinem STI ein Deployment auf eine Teststage habe und ich möchte vorher Leuten Bescheid sagen, bevor ich die Teststage-Pack mache, damit Leute sich nicht wundern, warum plötzlich ihre Teststage nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich könnte irgendwie sowas haben wie einen Job, der schreibt allen Leuten eine SMS, wenn die Teststage-Pack gemacht wird. Und dann warte ich erstmal 30 Minuten, dass alle Leute Zeit haben, ihre SMS zu lesen. Und danach fange ich mit dem Deployment an. Das heißt, ich kann aktiv warten und die nächste Stage aus der CI wird dann halt auch erst ausgeführt, wenn alle gewarteten Jobs fertig sind. Ich kann außerdem auch Handarbeit machen. Ich kann nämlich sagen, ein Job soll manuell ausgeführt werden. Dann erscheint hier so ein Icon in der Pipeline und der Job wird von der Pipeline erstmal einfach komplett ignoriert. Und zu einem beliebigen Zeitpunkt X kann ich mir sagen, ich klicke jetzt diesen Button und dann führe ich diesen Job aus. Warum gibt es das? Weil manchmal möchte ich ja etwas im Kontext von einem CI ausführen, aber es muss halt nicht automatisiert passieren. Zum Beispiel kann es ja sein, dass ich meine Teststage gar nicht bei jedem Git-Push neu deployen möchte, sondern nur ab und zu mal einen Stand auf die Teststage spielen möchte, weil das Deployment viel zu lange dauert oder nur Freitagnachmittags getestet wird oder irgendwelche solche Dinge. Und dann kann ich halt explizit manuell so ein Deployment ausführen. Weil es aber in der Pipeline drin steckt, weiß es halt immer noch den Commit, auf dem das passieren soll. Genau. Ich kann auch Dinge einkludieren und auskludieren. Ich kann sagen zum Beispiel, dass mein Job nicht auf dem Master Branch laufen soll, sondern nur auf dem Apprentice Branch. Ich kann ganz viele andere Regeln definieren, die ich jetzt gerade nicht erwähne, aber die da und diese URL natürlich zu finden sind. Zum Beispiel sowas wie, wenn ich Makefiles angefasst habe, dann möchte ich bitte den Job ausführen. Wenn ich aber nur JavaScript-Dateien angefasst habe, möchte ich irgendwas anderes machen. Und genau, man kann halt relativ komplexe Regeln auf diesem Accept und Only bauen. Hier sind es einfach nur Branch-Names, die benutzt werden. Dann andere Dinge, die man mit C1 noch machen kann. Man kann Variablen reinschmeißen. Das ist entweder, um das Verhalten zu verändern. Zum Beispiel der Branch-Name kann das Verhalten verändern. Ich kann aber auch Variablen auf dem Projekt oder auf der Gruppe in GitHub definieren, die dann an die Pipeline weitergegeben werden, um das Verhalten zu ändern. Ich kann auch Geheimnisse weiter ausplaudern an meine Pipeline, zum Beispiel irgendwelche Private SSH-Keys oder sowas. Die kann ich in ein Projekt konfigurieren und die Pipeline kann es benutzen. Ich kann Artefakte definieren in meiner Pipeline, das heißt Dateien, die ausgespuckt werden. Zum Beispiel ist es relativ praktisch, wenn ich irgendwelche HTML-Seiten deployen möchte irgendwo, dass die dann rausputzeln aus der Pipeline. Ich kann aber auch die Dateien, die rausgeputzelt sind, aus einer früheren Stage, kann ich in späteren Stages benutzen. Also ich kann irgendwie ein Ding kompilieren und das kompilierte Ding kann ich in späteren Stages dann benutzen, ohne es neu kompilieren zu müssen. Ähnlich, aber nicht gleich gibt es Caching. Das ist aber, um Dateien zwischen verschiedenen Pipelines auszutauschen. Also zum Beispiel, wenn ich heute 10 GB Node-Modules runtergeladen habe, möchte ich die morgen vielleicht nicht nochmal runterladen, sondern morgen nur 9 GB Node-Modules runterladen und dann habe ich halt 1 GB gespart. Und muss man sich halt überlegen, ob es Sinn macht. Bei uns macht es Sinn, weil wir haben bestimmt 10 GB Node-Modules. Aber je nachdem kann natürlich sein, dass das Caching und das Runterladen vom Caching-Server länger dauert, als es vom Original-Server runterzuladen und so. Dann gibt es Extend, wenn man darauf steht, richtig komplexe YAML-Dateien zu bauen und wir stehen da voll drauf, dann kann man halt Jobs wiederverwenden. Also ich kann mir sagen, ich habe einen Code-Style-Job und dann habe ich einen Code-Style, der noch pedantischer ist und der sieht fast genauso aus, hat halt nur zwei, drei Variablen anders. Dann kann ich den Original-Job zum Beispiel wiederverwenden und muss den nicht komplett copy-and-pasten. Und ähnliches Konzept, es gibt Include. Das heißt, ich kann Konfigurations-Dateien in viele Dalline aufsplitten. Ich kann sie auch in anderen Projekten ablegen und von dort aus einbinden. Und ich glaube, ich wollte das nochmal nachgucken, aber ich glaube, das ist ein Enterprise-Edition-Feature. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Genau, das war es auch schon von mir und hier ist noch ein Corporate-ID mit einem Continuous Integration von einem EC. Es ist rot und weiß und ich bin fertig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.